Ok, hier ist ne Kiste. Oh, ich hab ne Rüstung. Über den Frauenkloft. Was denn? Ich hab die Tempeltür geöffnet. Wie das? Hab mich grad gewundert, ich hab eigentlich nur kurz mal das Ding gemacht. In der Küche steht ein E. Im Lagerraum steht ein E. Das hast du nicht gesehen, war? Ne. Ja, das war das E, genau. A, C, E. Ja, es ist ein Lagerraum geworden, nämlich ein E. Siehste, sind wir blind, ey. Ja, wir müssen besser aufpassen. Wir sollten jetzt die Augen echt aufhalten, wir haben schon genug rumgesheetet. Sprichwort, Umwege führen auf das Ziel. Ne Hose, Fleischchenkel. Wir haben echt schon zu viel gesheetet, ey. Geschüttete. Ähm. So. Ja, wenn man jetzt weiß, was zum Spiel gehört und was... Sektor B ist zu. So. Ach. E. Hier ist ne Küste. Okay. N36, erste A da, außer... Kann man bestimmt... Ne, kann man nicht. Okay, da ist ne... Das Lehm? Wurde? Ne. Achte mal, achte mal auf Lehm. Also hier ist jetzt grad nichts. Ja, da ist komisch. Umsonst. Bei diesen Schall da kriegen wir... Hast du vorhin einen Red Song gehabt? Nur eins, gell? Mhm. Ja, ne, das reicht noch nicht. Ne, ich glaube, das habe ich auch irgendwo abgebaut. Hier ist was. Meinen sind wir echt blind, ey. Äh, aber das war's auch schon. Was? Mal Augen jetzt aufhalten, wo kann man hier noch hochklettern? Da hinten? Da oben, da oben ist ne Kiste. Da oben ist ne Kiste. Mal da hoch. Yay, ja, schnell. Ich erster... Wo denn da oben? Da. Oh, ich hin. Gucke. Hier ist er da. Ja. Ja, ja, ja. Wie kommen wir da hoch? Nachher irgendwo mit der Jahn hochklettern können. Ja, weil die Augen auf und mal hier hochklettern. Über den Sektor B... Kann man nicht über den Sektor B klettern? Ne. Sicher? Ich habe schon eine enge Stunde über Umwege 7. Welche Umwege? Ah. Ah, die Kiste. Ah, nur Klaus dran. Hier ist er drin. Hier ist er drin. Schon wieder was gefunden. Augen aufhalten. Hier ist 100 Pro was. Hier ist nur blind. Da hinten habe ich nämlich schon die andere Kiste. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hole. Diese Schilder hier sind die. Von dem Cindy. Der hat mich hingeworfen. Mein Müll entleert. Ach ja. Ja. Fuck man. Ah. Wo geht's denn lang? Vielleicht die Ziele... Erstmal gucken wir uns jetzt jeden Block einzeln an. Ah, hier. Gaste. Gastrainer. Ah, die Gastrainer sind nix. Ach da oben. Okay. Ah. Ich hab's geschafft. Guck mal wo ich bin. Mhm. Ich glaub ich hab nen Weg gefunden. Das ist nämlich nen Umweg. Bin da an der Seite einfach hochgeklettert. Geht's ja auch irgendwo lang. Ah, so kommen wir über Sektor B. Ja, so kommen wir rüber, siehste. Um Wege führen auch zum Ziel. So, dann mach ich jetzt halt hier auf. Und hier ist ein Schalter, siehste. Okay. Ich glaub das war nämlich damit gemeint. Um Wege führen auch zum Ziel. Okay. Sektor A2. Wollen wir nicht erstmal gucken was in der Küche drin war? Ich fühl mich jetzt ehrlich. Die war nämlich noch zu. Okay, wir lassen. Okay, jetzt kommen wir hier nochmal hin. Ah ja, ich weiß wo wir sind. Wo denn in der Küche? Tempeleingang. Haben wir, haben wir... Du hast zufällig keinen Schalter gefunden? Doch. Ja, wir dürfen nämlich benutzt der Schalter. Aber nur einmal dürfen wir die. Jetzt wird die machen woanders mehr Sinn. Wurde gesagt, wenn die woanders mehr Sinn machen, können wir die woanders benutzen. Hier ist nix drin, gell? Doch hier. Warte. Kein Peaceful im Tempel. Einwandverschlossene Türschalter im Versuchslabor. Okay, dann Versuchslabor und Schalter holen. Ah, hier ist... Ja, hier ist ein Knopf am Labeugen. Brief am Professor. Das Experiment mit dem im Tempel gefundenen L36 ist schiefgelaufen. Die Versuchskandidaten altern auf einmal so schnell. Ist ja eklig, ey. Musik, das... Musik spüren? Musik gefälligst? Ja, rein damit. Also. Oh, das ist die kranke Zelle. Ist das Musik? Oh, hier ist noch Zeug. Hey, das kommt mir bekannt vor die Zelle. Komm mal her. Komm mal her. Hör den jetzt von Anfang an. Jetzt hör den die mal an. Mach mal. Und... Ich dachte gleich wieso die mir bekannt vor kommt. Weil ich schick dir nachher mal ein Video. Hör die dir genau an. Hör die dir genau an. Hör die dir genau an. Das ist jetzt ein Buch, ja. Der blätterte ein Buch, findet was und gleich aktiviert er das Ding, wo er vor uns dann rumgespielt hat. Bocht das auf. Und jetzt kommt was auf ihn zugeraten Tür drin. Ah, hast du die Wolfsstimme gehört? Hat den Platz getötet. Und da gibt es nämlich bei YouTube ein Lösungsvideo von diesem Video. Das schicke ich dir mal nachher. Ah, ok. Echt gruselig. Ähm, ja, wo werden wir gleich nochmal hin? Hier ist leider kein Button. Ein Besprechungsraum aber schon? Ne, da wollen wir noch nicht. Hier oben steht, ähm, NXZ... Oh, versteh ich nicht. Ok. Gasttrainer. Was wollen wir mit den Gasttrainer? Einfach mitgenommen. Ähm. Also ich habe jetzt keine... Ähm, Schlafkammer. Ok, hier wird es immer dunkler. Ich setze mal ein paar Fasseln, die wir gekriegt haben. Da drin. Alles durchsuchen. Schlafkammer nennt sich das. Meinst du? Können wir eine Runde schlafen? Top-Glock. Ja. Top-Glock. Schlafende Runde. Oh ne, Schlafen ist blöd. Oh, Schlafen ist langweilig. Hier ist nix. Hallo. Ah, hier ist Klee. Okay. Geheimgang gefunden. Der? Aquarium-Bipothek. Genau da. Oh, ein Schwert. Ich glaube, das sind zwei für jeden eins. Ja, glaube ich auch. So, Zettel von... Ich bin hier geblieben, nachdem ich ein mutierter Forscher ihn erwischt hatte. Genau wie Professor Graham. Ich habe mich eingeschlossen. Ich wünschte, ich wäre gegangen wie die anderen. Schriftenleserraum. Ja.